In der Aussprache erteile ich das Wort dem Abgeordneten Markus Weinberg, CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf da gleich anknüpfen. Ich glaube, diese erste Debatte hat ja deutlich gemacht, dass wir drei Dinge bei der Debatte jetzt im Blick nehmen sollten. Wir sind offen für die Diskussion. Das heißt, die Kritikpunkte werden wir auch gerne mit aufnehmen, Frau Kollegin Scharfenberg, wenn sie objektiv und sachlich vorgetragen werden und nicht populistisch und einfach. Und dafür nehmen wir uns auch Zeit. Das haben wir auch gesagt als Regierungskoalition, dafür nehmen wir uns Zeit. Denn das ganze Thema gibt es ja seit 2003. Deshalb ist es wichtig, hier auch zu sagen, dass wir die letzten Meter, die wir gehen wollen, auch uns die Zeit nehmen, uns damit auseinanderzusetzen, wo wir noch Veränderungen vornehmen können. Und das wird auch darin münden, dass wir dann letztendlich Veränderungen auch sicherlich, davon gehe ich fest aus, mit implementieren. Aber eins muss man auch mal sagen, und das hat der Minister deutlich gemacht, Die Debatte ist nicht neu. Und die Große Koalition hat nicht irgendwo in irgendwelchen komischen Hinterzimmern dieses neu formuliert, sondern seit mittlerweile über zehn Jahren wird darüber diskutiert. Und deswegen sollten wir auch nochmal, finde ich, in der Ordnung der Sachen, in der Ordnung der Sachen und der Debatte vier Dinge feststellen. Wir sind uns doch einig, das haben alle Redner der im Parlament vertretenen Fraktionen ja gesagt, Wir, mit Blick auf Fachkräftemangel, mit Blick auf den demografischen Wandel und vor allen Dingen, das finde ich wichtig, mit Blick auf die Veränderung der Berufsbilder als Folge, brauchen wir eine Reform. Das ist die Ausgangssituation. Das Ziel muss es doch sein, zwei Dinge zusammenzubringen. Die Qualität, die Spezialisierung, die wir in den letzten Jahrzehnten erreicht haben, zu bewahren, aber gleichzeitig über die Entsäulung eine breitere Ausbildung hinzubekommen. Und das heißt drittens für uns, und das ist ja der Ansatz der Reform in dieser Ausbildung, dass wir die Vielfalt steigern. Und das wird dann, glaube ich, auch zu einer Attraktivität der einzelnen Berufsfelder führen. Und das muss ja unser Ansinn sein, mit Blick auch auf die nächsten Jahrzehnte. Deshalb will ich zwei, drei Bemerkungen noch machen zu den Kritikpunkten in Anführungszeichen. Gesagt wurde von vielen Rednern schon, seit 2003 wird dieses debattiert, Einführung entsprechender Erprobungsklauseln für eine generalistische Ausbildung in den Gesetzen zur Altenpflege und Krankenpflege. Diese Modellprojekte. Und wenn man die mal analysiert, die Modellprojekte, dann können Sie drei Ergebnisse feststellen. Erstens, die Ausbildungsinhalte überschneiden sich bis zu 80, 90 Prozent. Zweitens, und das halte ich für besonders wichtig, die Kompetenzsteigerung, artikuliert von den Betroffenen und von denjenigen, die Sie begleitet haben, hat immens zugenommen. Was ja auch klar ist, wenn ich heute im Vergleich vielleicht zur Zeit vor 70 oder 50 Jahren in der Altenpflege tätig bin, dann muss ich doch wissen, was in der Krankenpflege passiert. Und umgekehrt, ich muss in der Krankenpflege wissen, was ist dann später möglicherweise beim Übergang, und das erleben wir ja mehr und mehr in der Altenpflege, notwendig. Und ich muss wissen und beides zusammenbringen, ich muss also eine generalistische Basis haben, wo ich auch weiß, was derjenige dann möglicherweise als nächstes dann die Pflege übernimmt, was der weiß. Das heißt, die Kompetenzsteigerung ist zentral. Und der dritte Punkt, auch das wurde angesprochen, das heißt auch für die Betroffenen, die möglicherweise sich noch vor 20, 30 Jahren entschieden haben, ihr Leben lang, in Anführungszeichen, nur Altenpflege zu machen oder nur Krankenpflege zu machen oder nur Kinderkrankenpflege zu machen, dass ich auch hier Perspektiven schaffe. Es wurde von Rednern angesprochen, dass gesagt wurde, wenn man 20, 30 Jahre in der Altenpflege arbeitet, dann ist auch mal die Fragestellung sozusagen, weil das ein Auf, weil das ein schwieriger Job ist, was kann ich Perspektives bieten. Und deswegen, glaube ich, sind die Modellprojekte eine erste Analyse, dass wir sagen, darauf bauen wir auf. Denn noch einmal, es gilt auch mal zu sagen, das machen wir jetzt einfach. Wir machen es jetzt mal. Und wir wollen nicht noch mal vier oder acht Jahre darüber diskutieren. Insoweit möchte ich auch den Präsidenten des Deutschen Pflegerates, Herrn Westerfellhaus, zitieren, der ganz richtig gesagt hat, wer jetzt die Reform der Pflegeberufe auf Eis legt, der handelt im hohen Maße fahrlässig. Damit würde das Aus für eine modernere Form der Pflegeausbildung riskiert, die wir angesichts der demografischen Entwicklung mehr denn je benötigen. Und es gibt viele weitere Grundzeugen. Wir sind ja seit Monaten bereits in der Debatte mit Caritas, mit der Diakonie. Und da kommt immer wieder zum Vorschein, dass wir sagen, ja, wir unterstützen den grundsätzlichen Weg dieser Reform. Wir sagen aber auch, achtet auf die Fußnote und achtet auf den Teufel, der steckt häufig in Beteiligung. Das haben wir uns als Große Koalition auch vorgenommen. Und Sie merken ja auch an, oder bei allen Rednern haben Sie ja gemerkt, dass wir sagen, wir werden uns mit den Kritikpunkten auseinandersetzen. Insbesondere dann in der Großen Anhörung und nach der Großen Anhörung noch in weiteren Gesprächen. Aber da muss man auch objektiv sein. Und wir haben das Thema Kinderkranktenpflege auch hier dreimal diskutiert. Die Vorwürfe treffen in der Form, wie sie formuliert wurden, nicht zu. Noch einmal, ich will es noch einmal sagen, weil der Vorwurf ja kam, Kinderkranktenpflege wird sozusagen in der Spezialisierung nahezu komplett gestrichen. Das stimmt einfach nicht. Es wurde gesagt, wenn Sie mit dem Vertiefungsansatz und dem entsprechenden Ansatz der frei verteilbaren Stunden rechnen, kommen Sie auf eine Gesamtzahl von 1.400 Stunden bei insgesamt 2.500 Stunden. Ich glaube, das ist ein Beweis, dass die Spezialisierung weiterhin im Kern auch erhalten bleibt. Im Übrigen, jetzt leider zu spät, Verzeihung, Im Übrigen ist es so, dass heute schon zwei Drittel der gemeinsamen Ausbildung in der Krankenpflege und Kinderkrankenpflege identisch sind. Deswegen darf ich zum Schluss Folgendes sagen. Wir freuen uns und erwarten jetzt eine gute und breite Debatte. Noch einmal, ich glaube, dass das eine oder andere noch einmal modifiziert werden könnte. Das hat der Minister auch zugesagt. Und ich glaube, dass wir in Absprache mit dem Minister, mit der Familienministerin, hier als Große Koalition das Gespräch suchen. Und nicht nur mit der Opposition selbstverständlich, solange die kritischen Punkte auch objektiv hervorgetragen werden, sondern natürlich auch mit den Verbänden. Und dann, glaube ich, wird am Ende eine Reform stehen, für die es sich gelohnt hat, auch zu kämpfen. Und soweit jetzt eine gute Debatte. Vielen Dank. Applaus